EA Sports, it's in the game. Oh, da muss ich mal was aufnehmen, schaut euch dieses herrliche Tor an, bam, Verfahren direkt verwandelt, sehr schön, dang, wunderbar, weiter geht's im Spiel, den muss ich auch aufnehmen, das dritte Tor, was ich in diesem Spiel schieße, ich wollte eigentlich gar nicht aufnehmen, aber dann, zack, hat es mir ganz einfach gemacht, boing, danke fürs Zusehen. Oh, Mario Gomez, haut das Ding doch irgendwie rein, naja, die Verbindung mit dem Gegner wurde unterbrochen, oh, Manzukic in der 5. Minute, jetzt gerade geht es um die Wurst, ich muss dieses Spiel gewinnen, um in der Liga zu bleiben und was macht Manzukic, haut es rein, danke Sami, Dami, Sami Khedira, für das 2 zu 0, da eier ich mich durch die Verteidigung durch und da macht er es nochmal spannend in der 19. Minute, 2 zu 1, ach du meine Güte, naja, ja, Schürrle mit dem Köpfchen, er stand die ganze Zeit schon 2 zu 2, ich war am Bangen, dann kommt die Flanke und 2 zu 3, juhu, Freunde, ihr glaubt nicht, wie ich mich über dieses Ergebnis freue, meine Güte, 2 zu 3 ist der Endstand, Schürrle, Khedira, Manzukic, ganz ungewöhnlich für mich, eigentlich mache ich sonst eher hauptsächlich die Tore mit, ich glaube, Manzukic, Gomez und Verfahren oder so, heute mal ein bisschen bunt durchgemischt, Verfahren, Man of the Match und jetzt könnt ihr mal sehen, was es für mich bedeutet, 3 Punkte wieder und ich hab's gerade so geschafft, in der aktuellen Liga zu verbleiben, das war's für diese heutige Folge, wir sehen uns, macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss!